Ich möchte mit neuem Sound raus, ich möchte mich neu erfinden, hab das gemacht und es hat funktioniert. Kann mir ja gar nicht sagen im Radio, was das für eine Richtung ist, aber auf jeden Fall, wenn das stimmt, dann gehen wir einfach schon mit einem größeren Lächeln auf die Bühne, egal wie geil das Festival ist. Hello, herzlich willkommen, ich freue mich voll, dass du hier bist. Hallo, hallo, hey. Hier ist absolut top und bei mir ist Stargust alle Farben. Mega cool, dass du hier bist, auch zum wiederholten Mal, da freuen wir uns schon drauf. Und jetzt hören wir uns ganz kurz nochmal deine Single auch mal gemeinsam an. Die heißt Call My Name und zusammen mit Sophie Loud. Okay, hören wir uns mal ganz kurz an. Geiler Beat, geile Stimme. Wow. Sag mal, alle Farben, was bedeutet der Song für dich? Ist starker Tobak, sage ich mal, der Song. Es geht um, ja, um ein bisschen toxische Liebe. Also ich finde toxisch ein schwieriges Wort, aber im Grunde genommen ist es das. Und manchmal läuft Liebe nicht so geradlinig. Und manchmal lebt man in Extremen und manchmal verletzt man sich gegenseitig stark. Und genau um sowas geht es in dem Song. Und ich fand es ein starkes Thema, muss ich sagen. Die Idee kam von Sophie Loud. Und ich muss sagen, ich mag immer, wenn ein Twist in der Musik ist. Weil, also wenn man jetzt meine Songs sich mal anguckt, irgendwie findet man dann noch immer ein bisschen was anderes drin. Ein bisschen Tiefgang. Also wenn man jetzt Please Tell Rosie ist eigentlich ein sehr trauriger Song in einem sehr happy Gewand. Und so auch hier wieder. Und das ist eigentlich so ein bisschen zu meinem Signature auch geworden, dass ich mir auch manchmal Themen annehme, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind. Wer ist Sophie Loud für die Leute, die Sie gar nicht kennen? Sophie Loud, eine Singer-Songwriterin, die auch ein Künstlerprojekt hat aus Norwegen. Ich habe sie kennengelernt in Oslo. Letztes Jahr zu einem Songwriting-Camp. Songwriting-Camp, kurz erklärt, ist ein Camp, wo sich jetzt irgendwie viele Musiker, Songwriter, Produzenten und Sänger zusammenfinden, um neue Songs zu schreiben. Und in einem dieser Camps habe ich sie kennengelernt und fand ihre Stimme fantastisch. Wir haben auch dort einen Song zusammen geschrieben. Der hat es aber nie an die Oberfläche geschafft. Bei dem Song finde ich richtig cool. Der erstarrt jetzt sehr, wie soll ich es beschreiben, mystisch. Es hat was Orchestrales fast schon, ihre Stimme. Und es klingt wie ein Instrument. Also noch mehr als eine andere Stimme. Und das hat mich schon fasziniert. Und danach geht es dann richtig ab? Und deswegen steht ihre Stimme auch am Anfang erstmal alleine. Aber ich höre schon, es passt gut zusammen. Wird bestimmt nicht der letzte Track mit ihr sein. Kann gut sein. Vielleicht auch hinter den Kulissen. Also wir haben ja auch an mehreren Songs geschrieben. Es können noch andere veröffentlicht werden. Vielleicht auch gar nicht unter unserem Namen. Oh, da bin ich mal gespannt. Musikalisch hast du dich jetzt ein bisschen verändert. Wohin soll noch die Reise gehen, also musikalisch? Wie wird das Sound? Vielleicht hast du noch Lust, noch was ganz anderes auszuprobieren. Ich probiere mich gerade schon viel aus. Ich habe noch ein anderes Projekt. Mono Schwarz. Das ist ein Techno-Projekt. Das habe ich schon sehr, sehr lange. Aber ich habe nie released unter dem Projektnamen. Es kommt jetzt demnächst der erste Release. Da bin ich aber trotzdem auch mit alle Farben drauf. Das heißt, es wird Keanu Silver, alle Farben und Mono Schwarz. Okay, 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 cool. Und ist auch so Richtung, ich weiß nicht, ob überhaupt noch geplant ist, noch ein Album, das noch bald kommt oder wie machst du das? Es ist leider so, auch viele andere Künstler sind halt auch enttäuscht über die Entwicklung, dass Alben halt einfach nur noch ein Liebhaber-Ding sind. Und die bringen kaum mehr Impact, weil Streaming halt einfach nicht darauf ausgelegt ist, ein Album rauszubringen. Das hat die Alben ziemlich platt gemacht. Für mich mit elektronischer Musik ist es eh schon immer schwieriger gewesen, ein Album rauszubringen. Und ich denke, ich werde Compilation-Album machen, klar. Und vielleicht auch irgendwann nochmal ein Konzept-Album. Aber es steckt so viel Arbeit da drin, dass ich es gerade auch nicht sehe oder nicht einsehe, das jetzt zu machen. Jetzt sprechen wir mal über das Jahr 2024. 2024. Es ist ja quasi vorbei, sage ich jetzt mal. Ich habe gesehen, du warst so krass auf Festivals unterwegs. Beschreib jetzt mal kurz dein Jahr mit einem Wort. Fantastisch. Was war so geil an 2024? Also zum einen, klar, irgendwie, ich habe wieder viele, viele Festivals gespielt. Das ist jetzt nichts Neues. Aber es hat sehr gut funktioniert. Ich habe einen anderen Sound gefahren. Ich habe viel gearbeitet letzten Herbst, letzten Winter an neuer Musik. Viel Musik, die ich nur live spiele. Das heißt, ich habe halt wirklich fürs Set auch an der Musik gearbeitet, was ich halt früher weniger gemacht habe. Und jetzt gesagt habe, okay, ich möchte mit neuem Sound raus. Ich möchte mich neu erfinden. Habe das gemacht und es hat funktioniert. Und jetzt freue ich mich auch schon auf die nächste Saison, weil natürlich mit dem Impact von diesem Jahr ins nächste zu gehen. Und wir haben jetzt schon mehr Booking-Anfragen als für dieses Jahr. Wow, Respekt, so kann es weitergehen. Wenn du Urlaub machen müsstest, also wenn man dir sagen würde, shit, du musst jetzt leider eine Woche Urlaub machen, was würdest du dann machen? Dann knalle ich mich auf null und dann gehe ich entweder, also wirklich ganz ruhig. Ich war auf den Malediven. War ich auch schon. In den letzten Jahren, paar Mal. Ich brauche jetzt langsam Urlaub, den habe ich aber auch bald. Anfang Oktober, zehn Tage. Da werde ich nur zu Hause Urlaub machen, habe ich mich jetzt gerade erst entschieden. Weil ich denke, ich war jetzt so viel unterwegs. Ich bin jetzt innerhalb dieser drei Wochen, die jetzt passieren, bis zu meinem Urlaub, bin ich ganze zwei Tage zu Hause. Daher freue ich mich auf mein Zuhause. Und wenn du dann privat abschaltest oder allgemein, gibt es so Guilty Pleasure, wo jeder sagt, was, solche Musik hört er? Was hörst du sonst und hoffst, dass keiner mithört? Also ich weiß nicht, ich habe da kein Ding damit, dass ich auch Trashmusik oder Sachen mal höre, die vielleicht belächelt werden oder so. Jetzt so aktuell zum Beispiel, wenn wir so Guilty Pleasure haben, wird es vielleicht so Icky Mel. Das ist auf jeden Fall, also ich kann mir gar nicht sagen im Radio, was das für eine Richtung ist, aber auf jeden Fall feiere ich, weil einfach die krass auf alles scheißt und einfach ihr Ding macht. Und also es ist ja ziemlich starker Tobak für viele, aber ich finde es geil, weil die halt einfach das macht, was die Typen auch alle machen. Und was sagst du so aktuell zu diesem Country-Vibe? Jeder macht ein bisschen so Country-Musik. Ich bin ja schon viel länger dran. Wenn man jetzt mal guckt, Better Dears, Holy, Spiders Country. Es ist bloß mit elektronischer Musik, ich schreibe auch viel Country, also das ist absolut meine Richtung, weil der Erzählerstil von Country einfach geil ist. Und Country ist auch nichts anderes als Popmusik mit einem kleinen anderen Erzählerstil. Und wenn du dann noch ein paar Instrumente austauschst, dann hast du voll gegen Country. Also das heißt, im Oktober hast du dann jetzt ein bisschen Ruhe und wenn wir jetzt schon Richtung Ende schauen, jetzt schon Pläne gemacht für Weihnachten oder Silvester, wie sieht es da aus? Ja, also Silvester, ich bin dran. Ich möchte, ich habe überlegt, erst Silvester am Strand, weil ich habe keine Show, also es wird auch wahrscheinlich so bleiben. Und es ist so doch einer der ersten Male, wo ich jetzt frei habe und habe gedacht, schön am Strand Silvester feiern. Jetzt habe ich aber noch eine Option und zwar nach Las Vegas in die Sphäre. Das ist natürlich auch geil für Silvester feiern, aber das klärt sich gerade noch, ob ich das jetzt wirklich mache, weil es wird ein harter Ritt sonst. Dann müsste ich halt dann, ich habe noch am 28. Show, 29. los und am 1.1. müsste ich dann schon wieder von, aus Amerika wieder nach Thailand, weil am 4. Januar habe ich dann meine erste Show. Mir wird schwindelig, wenn ich mit dir rede. Aber wenn du jetzt den ganzen Festivals jetzt, das war ja wirklich ein Highlight und wir waren ja selbst, haben dich besucht auf Festivals. Was findest du für dich persönlich ist das coolste Festival, wo du sagst, ey, das ist so genau mein Geschmack? Ich finde es eine schwierige Frage, also weil zum einen, ich kenne ja, also ich habe den Blick immer hinter den Kulissen und ich arbeite dort immer und ich finde es natürlich schön, wenn die Sachen hinter den Kulissen einfach super glatt laufen, gutes Essen da ist, weil wenn das stimmt, dann gehen wir einfach schon mit einem größeren Lächeln auf die Bühne. Egal wie geil das Festival ist, wenn es hinter den Kulissen schwer ist, macht es einem den Tag auf mies, weil der Auftritt ist zwar das Highlight und wo man darauf hinarbeitet, aber der Auftritt sind ja nur 75 Minuten am Tag und die werden eh gut, weil das Publikum ist geil. Die sind am Start, also die sind on fire, ich bin on fire, wenn ich auf der Bühne bin, aber der Rest des Tages, der muss halt auch stimmen. Okay, bevor wir zu den 2000ern kommen, noch eine Frage. Ich war heute zum Beispiel auf TikTok live, wir sind auch manchmal während der Radioshow live und meistens kriege ich auch die Frage gestellt, was muss man mitbringen als Radiomoderator, wie wird man das etc.? Was würdest du jetzt einem Teenie sagen, der sagt, eines Tages will ich genauso ein DJ werden wie du? Ja, also ich glaube, es ist super schwer zu sagen, klar man kann irgendwie seinen Traum da verfolgen, ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der Bock drauf hat, einfach anzufangen und dann wird man halt auch Schritte sehen, funktioniert es, funktioniert es nicht. Als Hobby ist es allemal einfach was wirklich Geiles aufzulegen, es macht super viel Spaß, aber die Chancen nach ganz oben zu kommen sind verschwindend gering. Ich würde niemandem empfehlen zu sagen, das ist mein einziger Plan, vielleicht wäre es noch cool einfach einen Plan B zu haben, hatte ich auch so und dem muss man sich bewusst sein und man muss auch viel abkönnen, weil ich kriege auch Kritik täglich so und ich muss quasi von A nach B kommen noch am selben Tag, wo ich arbeite und manchmal ist es dann halt knapp im Schlafen, weil man dann halt irgendwie diesen Einflug, den es am Tag gibt, nehmen muss. Jetzt zum Beispiel haben wir eine Show in Ungarn und dann am nächsten Tag in Hamburg, die einzigen Flüge, die ich nehmen kann, sind morgens um acht, das heißt fünf Uhr aufstehen, aber wenn die Show bis drei geht, ist halt schlecht. Das soll jetzt auch gar nicht so schlecht klingen, ich genieße auch viele Vorteile und es ist ein wahnsinnig toller Job und wenn dann, sobald man auf der Bühne ist, weiß man wofür es macht, aber man sollte sich dem Bewusstsein, dass nicht immer alles so sehr glänzt, wie es vielleicht scheint. Perfekt, so, hast du Bock auf die Zeitreise, wir gehen jetzt in die 2000er. Let's go. Absolut top. Ich kenne mich nicht so gut aus 2000er, ich habe in den 2000er nämlich eher Rock und Metal gehört, dadurch wird es ein bisschen schwerer für mich, würde ich behaupten, weil ich habe erst so mit Popmusik angefangen vor zehn Jahren. Okay, das heißt, dann beschreib mal, wie war alle Farben, jetzt nochmal zusammenfassend, wie warst du in den 2000ern drauf? Also ich habe das, ich habe viel, ja was habe ich gehört, Sepultura, Soulfly, In Dying Days, weiß ich was, das sind alles Metalbands. Ich habe mich erst später für Pop interessiert, als ich selber Pop gemacht habe. Aber warum, stopp, warum hast du da nicht Techno gehört oder gar nicht? Ja, Techno war damals ganz anders. Ich war ja, also ich will mich jetzt auch gar nicht so in das Rampen nicht stellen, aber es war tatsächlich so, dass so Felix Jehn, Robin Schulz, dann, also aus Deutschland jetzt. So typische 2010er-Zeit war das dann. Genau, also 2013 bis 2015 startete das, da gab es noch ganz viele Namen zu der Zeit, aber die drei Großen waren halt Robin, Felix und ich. Und wir haben halt so ein neues Zeitalter von elektronischer Musik eingeläutet. Okay. Stimmt, davor waren so ein bisschen, wie hatten wir die Musik genannt? Elektronische Musik war halt anders, war Rave Culture mehr. Oder sowas wie Lasco oder Groove Coverage gab es oder Cascada. Genau, sowas gab es vorher. Das waren eher so Trends. Es gab Trends und House und auch Techno, aber es war halt, Sven Veth etc., das war halt alles nicht salonfähig. Okay. Und wir haben so Singer-Songwriter-Elektro gemacht, habe ich es immer genannt, zumindest so. Oh Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt wirklich gerne mal hier ein Abo dalassen, Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.